ein wunderschönen guten tag zum absolut undankbaren spiel seht ihr gestern ja gleiche runde wie letztes mal für meine wenigkeit ich weiß wo ich mach das einfach mal habe ich irgendwas verpasst ich weiß nicht malin hast du was verpasst ich weiß so nicht wo das genau ist ja das weiß ich auch nicht da bin ich jetzt gerade auf der suche ja doch ich weiß was es ist aber ich weiß nicht wo es ist ich weiß es auch nicht ich mache es einfach mal so ich weiß wo es ist ist kein thema warte ist kein thema 0,0 nicht schlecht ich weiß was ich habe es irgendwie und vor ich geguckt habe das war genau die stadt ich erinnere mich ich weiß es doch wenn ihr irgendwann mal fabian trifft und ihr müsst nach dem weg fragen glaubt ihm nicht er führt euch ich schicke in den letzten kreis immer mit absicht es ist halt es ist halt wie es ist soll man machen ja kann man nicht ändern ja martin ist sich auch nicht sicher anscheinend so hundertprozentig in der stadt schon aber was soll es okay ich war doch nicht in der stadt sicher ein kilometer ist gut tausend punkte krass ja ich habe auch das stand ganz am anfang stand doch auch das war einfach blöde es war einfach dumm aber es ist noch lange nicht zu ende will jemand irgendwie was sagen wie land ist klar ich bin mir echt nicht sicher ja also im land bin ich mir ziemlich sicher aber ähm ok ja gut ja gut aber im land sicher aber wo eh ich bin mir glaube ich sicher wo es ist ja schilder ich hab ne idee eins von beiden ist jetzt sein oh shit ey es war das andere mal in die schlecht monaco ey ne nicht monaco das äh nizza 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 das waren so die typischen häuser für südfrankreich ja ja südfrankreich war klar ich war echt in italien unterwegs man krass was da waren doch überall frankreich flaggen ja die hab ich nicht ah hier sind wir hier ja und es stand sowas wie rüe alexander und sowas da und da war da war ein plakat da stand nice jazz drauf ja aber ich dachte es ist einfach ein nicer jazz verstehst du nein das musste da nichts da sein ok ja gut das wird es natürlich schwierig halt immer aufhört sich so schnell zu drehen ok tim knopf und die lokomotive von lukas oder wie war das augsburger puppenkiste kommt mir das gerade bekannt vor oder irre ich mich da total ey ich bin mir nicht sicher ich glaube ich kenne das war das gerade pascal hat sie angehört mit pascal oh ok ehrlich gesagt kommt es mir auch ein bisschen bekannt vor ich bin mir aber echt nicht sicher hab ich dennoch auch an x20 ah wenn man ein bisschen genauer lesen könnte gell ja ne ich glaube ich bin falsch ich weiß es nicht aber ich muss tippen ich tippe jetzt was es wird falsch sein aber es hat mich als erstes einfach mal daran erinnert oh gott nicht dein ernst ja nice simon mainz ja ich musste schnell so geklicken ich hab in die radeberge ich war mir doch sicher dass es mir bekannt ich war bis jetzt einmal in mainz ähm zu einer ausstellung ähm zu beginn von corona das ist schon eine weile her ja und ich dachte mir das so wo das so rausgelaufen ist so dieser dieser platz und dann dieses benito oder sowas siehst du das kommt mir bekannt vor und jetzt einfach mal gut guess gemacht das mainz war das erste was mir im gedanke gekommen ist nur ein bisschen ich war bei karlsruhe tatsächlich weil da ist es auch so du laufst den bahnhof raus und läufst dann direkt auf diese straßenbahnhalteskelle zu ja aber das hätte ich sagen können aber karlsruhe sieht anders aus da ist doch der zoo noch direkt in der nähe ja genau das zoo ist dagegen ja der zoo ist weiter rechts wenn du rauskommst ja aber ja hättest du ja gesehen da waren ja direkt gebäude da vorne dran ok 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 Vielen Dank. Oh wow, aber wie viel Zeit habe ich noch? Nicht mehr so viel Zeit. Jetzt muss ich auch noch wissen, wo das ist. Da. Jesus! Fuck! Ah, wir sind ja gerade noch drin. Da oben war doch so ein rotes Plakat drüber. Da stand irgendwas mit Cannes. Echt? Ja. Habe ich nicht gesehen. Also mir war klar, dass es Südfrankreich ist, von der Optik her. Ja. Fabian, ist dir in Paris? Ja. Also für Paris war der Himmel irgendwie zu klar. Also ich muss schon sagen, die Gebäude sehen, man schaut richtig nach Paris aus, hat letzte Runde einer gesagt. Ja, ist okay, ich dachte ein bisschen außerhalb vielleicht. Ich hatte einfach keine Ahnung, wo da. Also außerhalb, da sind die Bourdieu's, da ist es nicht mehr so. Nächste Runde. Okay, also wir halten fest. Oh, ich weiß natürlich, wo das ist. Aber da gibt es mehrere von. Aber ja, es ist eigentlich klar, was es sein wird. Es ist klar, was es sein wird. Ist es, das ist das Pier, ja? Ja, es ist, ja. Aber wo ist das Pier? Ja genau, aber wir haben jetzt genug Zeit, da genau dieses Pier zu finden, ne? Warte, du hast mir gesagt, ich bin ja vor vier, ne? Bin ich gerade überhaupt in der richtigen Stadt? Ich glaube, ich bin in der falschen Stadt. Oh, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe es schon ein paar Mal gefunden. Ich glaube, ich bin in der falschen Stadt, oder? Alter, wo ist denn das, ey? Lasst euch Zeit. Warte, ich glaube, ich habe es immer falsch gemacht, weil ich es immer in der falschen Ecke gesucht habe. Gemütlich suchen. Ihr habt alle Zeit der Welt. Scheiße, da ist es nicht. Jesus, ich finde es auch gar nicht. Wollen wir es mal kurz raussuchen? Ja, lasst euch Zeit. Das ist noch alles, alle Zeit der Welt. Ihr werdet es hoffentlich nicht finden. Es kann doch nicht sein, dass es nicht direkt angezeigt wird, wenn man da so ein bisschen drüber ist. Fabi, ich glaube, du hast die meiste Zeit da in GTA verbracht. Ja, verdammt. Ich weiß aber nicht, wo es ist. Ist es das? Ich habe keine Ahnung. Alle Zeit der Welt. Ne, Mann. Ne, Mann. Voll, die Runde ist einfach so ein Arsch. Alter, ich... Ich habe jetzt einfach hier, damit ich Punkte noch kriege. Wie viel bin ich weg? Ja, wir haben eh nicht. 41. Ich habe da oben geguckt und ich war dran, aber ich war ein bisschen zu weit wohl draußen. Deswegen wurde es mir nicht angezeigt. Ich bin alles schon mal abgefahren. Das zeigt doch direkt an, wenn du nur... Ja, aber ich war wohl eine Mausrad-Schritt nach vorne nicht tief genug und deswegen wurde mir das nicht angezeigt. Ah, ich weiß, wo es ist. Ja. Das hatten wir schon mal. Mir sagt es gerade noch nichts. Aber ich glaube, wenn Fabian das direkt weiß, weiß ich glaube ich, wo es ist. Aber ich weiß nicht genau, wo es ist. Okay. Wo ist der Ding? Ah, da ist da. Jetzt sind wir hier da. Ah, dann müsste das irgendwo hier sein. Wow, nicht schlecht. Ich bin mir immer noch nicht sicher. Ich hätte eine Idee. Immerhin mal ein paar Pünktchen. Ah, da startet auf jeden Fall, aber ob es... Sieht schon mega aus, muss man sagen. Ja, okay. Ich versuch's jetzt. Da. Ich weiß, wo es ist, glaube ich. Also die Stadt, aber ich bin mir nicht sicher. Komm, das wird doch dann hier gewesen sein. Ja! Boah, Simon, nicht schlecht. Ich dachte mir, als du meintest... Ah, ich weiß, wo das ist. Okay, das wird Dresden sein. Da wirst du jetzt öfter genug gewesen sein, um gleich wissen zu können, das wird das sein. Simon, wir haben den ganzen Globus zur Verfügung und wir sind einfach nur zwei Meter voneinander entfernt. Das ist doch süß. Das ist nicht süß, das ist süß. Sehr schön. Ja, aber ich wusste gar nicht, dass das so konzentriert dann auch... War das der Zwinger, den wir gerade gesehen haben? Nee, das war nicht der Zwinger. Der Zwinger war da hinten. Das war ein anderer Gebäude. Ich weiß nicht, wie die heißen, aber ich wusste circa, wo es ist. Ja, okay. Es gibt so viele geile alte Gebäude dort. Das ist der Hammer. Okay. Ich habe was gelesen, das kann aber eigentlich nicht sein. Ja, ich habe es auch gelesen. Gefühlt kann es nicht sein. Und dann habe ich mir anguckt, okay, das ist ein bisschen viel für Touristen, für reine Touristen. Ja, es ist auch ein bisschen arg, aber ich will es mal nicht ausschließen. Ich sage es mal ganz ehrlich. Ich will es mal gar nicht ausschließen, aber nee, es kann eigentlich fast nicht sein. Glaubst du nicht? Ich glaube, wenn ich jetzt auf die anderen Sachen gucke, kann es eigentlich fast nicht sein. Aber bevor ich gar nichts tippe, tippe ich das. Aber guck mal. Ja, ich auch. Das wäre auch mein bester Guess. Bis jetzt wäre es mein bester Guess. Ich habe noch gar nichts gesehen. Ja, doch. Also, komm. Echt? Ich versuch's einfach. Echt, Simon, denkst du wirklich? Ja, ich versuch's. Hm. Ja, mach. Ja, ja, ich will ja noch gucken, wo ich genau dahin gehe. Na, komm. Alter. Oh, wo ist es? Komm, wir nehmen einfach da. Oh, Alter. Wow. Das ist Australien. Dieser scheiß Vietnamladen, Alter. Ja, da hat er. Ihr dachtet, echt ist es Vietnam? Nee, das ist eigentlich unmöglich. Es war ja nirgends irgendwelche Schriftzeichen. Ja. Ja, das machen wir's halt mal. Ja, ja, aber ich hätte niemals auch, denke ich, auch nicht Amerika. Amerika war das irgendwie auch nicht. Ich hab einfach irgendwas geklickt. Du bist 17.000 Kilo weg. Ich glaub, das ist ein neuer Negativ-Rekord. Ich hab einfach mal irgendwas in Amerika geklickt, dachte, komm, das muss da sein. Simon, mit unserem Tipp waren wir besser dran. Ja, ne? Also, wir haben den einzigen anderen Punkt gehabt, den wir hatten. Den haben wir genommen. Ja, du, flieg mal die Strecke. Also, flieg die mal von Vietnam aus, sag ich mal. Wir sind schon 10.000 Kilometer da, bist du da halt irgendwie. Was ist falsch? Ja, aber. Wir werden auch woanders gelandet. Warte, wir haben es schlecht gewesen, wenn er durch den Planeten gebohrt hätte. Von der anderen Seite wäre ich wahrscheinlich nicht viel weiter weg gewesen. Okay, Land ist klar. Psst. Oh, ist das jetzt Ding oder Ding? Ich glaub. War das klar? Oder? Oh, ich bin mir doch nicht mehr so sicher. Könnt ihr irgendwas lesen? Habt ihr die Namen gelesen von den Orten? Holy shit. Ähm. Alter, das ist ja total schräg. Ah, okay. Okay, 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 okay. 1,6. Ist okay. Wow. Ja, 210 ist in Ordnung. Wenn wir so das denn geschafft haben, da stand doch Calif auf den Bussen. Ich hab's nicht in mir verstanden, in Verbindung gebracht, muss ich ehrlich sagen. Ah, okay. Ich kenn Calif nicht. Das war, äh, welzisch oder wahrscheinlich wie die Orte hießen, oder? Welzisch. Ja, ja, ja. Walisisch, wie nennt sich das? Walisisch, ja. Walisisch. Und dann stand ich mir so, okay, immerhin. Aber dieses, diese Orte. Wo ich ja so gesagt habe, da kannst du nix lesen. Und ich dachte so, okay, das ist doch aber auf der Insel. Dann kann's eigentlich nur ein Land sein. Und dann ist da ein Bus vorbeigefahren, da stand Calif-Bas drauf. Und dann hab ich das Stadion gesucht. Das war an einem Fluss, fertig. Ja, das, ähm, dass das irgendwie Großbritannien war, das hab ich nicht erkannt, fand ich am Schluss. Ja, Großbritannien war klar. Hat man so gesehen, ja. Ah. Ah, ja. Okay. So, ich weiß nicht mehr genau, wo es ist. Versuch ich mal, das zu finden, ne? Ich versuch's auch mal zu finden, aber das wird sicherlich irgendwo, also so klein kann es ja nicht sein, ne? Das ist andersrum, das Problem ist, es ist einfach riesig. Wow. Mein Mann weiß hier sicherlich schon genau, wo und wie. Tatsächlich weiß ich's noch nicht. Also, ich muss es auch suchen. Also, das Problem ist eher, dass, dass der, dass der Ort so riesig ist, ne? Wo es sein kann. Uh! Hast du es gefunden, ja? Mmh! Ich hab echt, ich hab echt, ich hab echt, ich weiß nur, ich weiß nur die Stadt, aber ich hab keine Ahnung, wo es ist. Muss eigentlich hier irgendwo sein, aber ist es nicht. Ich hab auch, ich hab auch keine Ahnung, in welchem Teil das liegt. Da, wo der Jürgen wohnt, auf jeden Fall. Den, den man würgen muss? Den ich, mmh. Kommt drauf an. Ich, komm, ich tippe jetzt einfach mal. Sieben. Einfach, damit ich einfach Punkte sehe. Oh, Simon, Alter, ich bin dumm! Ich bin dumm! Ich hab, ich hab das so, ich hab mich so, ich hab... Liverpool! Ich hab die ganze Zeit Arsenal-London-Logo im Kopf gehabt. Oh nein! Und nicht dran gedacht, das ist ja, das Liverpool, ja, weißt du, natürlich ist das Liverpool, aber das Liverpool hat viel eigentlich stattdessen. Ich hab's echt nicht dazu. Ah, ich dachte, das wäre ein Stadion gewesen. Ich hab den Kopf gehabt und dachte, wo ist ein Arsenal? Oh nee, er hat nach Liverpool natürlich gesucht. Es war das Theater auf jeden Fall von Liverpool. Okay, ich wäre auf der falschen Seite gewesen, da hinten. Ich dachte immer, das ist auf der Ostseite. Ah! Tja. Ja! Man lernt dazu. Letzte Runde. Die haben doch auch rote Tickets, äh, Trikots Liverpool, oder? Ja. So, und bei meinen Erinnerungen von Arsenal-London hatten die auch irgendwann mal rote Tickets, als ich nochmal FIFA gespielt hab. Irgendwann mal, vielleicht haben sie es immer noch. Ja. Ich dachte, das ist irgendwo auf der Ostseite vom westlichen, also westlich vom Fluss, aber ganz am Küsse irgendwo, aber es war wohl ganz anders, also, ja. Ja, ja. Aber ich hab die Stadt gewusst. Für euch geht's um den Sieg. Ich bin schon nicht Platz, Platz drei. Ich bin in Bronze, ist okay. Ich leb mit Bronze, aber für euch geht's um Gold. Aber weit abgeschlagen, du. Weit abgeschlagen, die ersten drei Gäses waren oft, äh, schlimm. Ja, gut, ne? Ähm, ja, ja, ja. Okay. Ich, äh, so, jetzt müssen wir noch gucken, wo das ist. Okay. Okay, 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 okay. Ähm, ähm. Ja, boah, ich erfahre, gibt's da irgendwie so eine Stadt, die so heißt? Ich, äh, ich bin grad übelst verwirrt, wisst ihr das? Ist okay. Da gibt's zwei Informationen, die mich, ähm, die ich bis jetzt gesehen hab, die mich übelst durcheinander bringen. Aber ich muss ja mein Glück irgendwie versuchen. Ich kann's, ich kann's aber nicht genau sagen. Oh, wahrscheinlich liegt mich das auch irgendwie rein. Scheiße. Wie viel hab ich noch? 13 Sekunden, das ist zu wenig. Ja, komm, ich mach's einfach mal hier. So, ich, ich... Oh, Gott, Alter. Oh, Gott, oh, Gott. Ja, ich glaub, du hast den gleichen Fehler gemacht. Fuck, wo ist es jetzt? Ich hab nicht tippen können. Ich hab's nicht mehr gefunden. Ich hab Richtung Boston getippt, das war Seattle. Oder irgendwo bei Seattle. War's doch Oregon, war's der Bundesstaat, das war nicht... Ich hab auch jetzt, ich wollt bei Massachusetts auch klicken, weil Salem da stand. Und Salem liegt, Salem, das ich kenn, liegt in Massachusetts. Aber es war doch Oregon. Mann, ich dachte von der, von der Optik her ist es irgendwo Südstaaten gewesen. Also so, so, äh, Louisiana, so in die Richtung. Ah, das war ja wieder Backsteingebäude, das war ich immer so richtig geworden. Nee, es stand auch Oregon City, stand einmal dran. Ja, das stand dann dran, Oregon, ja, das... Aber ich wollte mich nicht beten lassen, egal. Es ist, es ist, es ist, Martin holt Gold, Simon bleibt beim Silberlöffel und von mich gibt's ne Bronze-Statue. Nice! Ich glaub nicht, dass es ne Statue gibt, es gibt nen Bronze-Besen für dich, weißt du, um die ganzen Scherben aufzufegen, die du hier hinterlassen hast. Nee, Simon, der ist so weit abgeschlagen, da ist der Besenwagen schon durch. Ah, okay, verstehe, verstehe. Ja, ja. Schön. Eine weitere Runde CityGather und, äh, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn's wieder heißt, CityGather. Tschau mal.